Das ist das Unternehmen, zu dem ich seit 31 Jahren gehöre, Spalek. Spalek ist ein echtes Familienunternehmen in der fünften Generation. Seit 1896 bauen wir in Bocholt starke Maschinen. Dafür braucht man schon einen starken Rücken, nicht nur in der Produktion. Wer den ganzen Tag am PC sitzt, weiß am Abend auch, dass er etwas für seinen Körper tun muss. Gut, dass mein Chef das auch erkannt hat. Bei den Arbeitsplätzen hat er schon früh darauf geachtet, dass Schreibtische und Stühle den Rücken entlasten. In der Produktion kommen Hilfsmittel zum Einsatz, die die Arbeitnehmer bei ihrer körperlich schweren Arbeit unterstützen. 2011 haben wir außerdem mit dem Spalek Gesundheitszirkel der Vorsorge einen festen Platz gegeben. Bei Spalek gehört Fitness seitdem zum Arbeitsalltag. Kollegen aus allen Abteilungen treffen sich regelmäßig, um aktuelle Gesundheitsthemen zu besprechen und das während der Arbeitszeit. Fußwohl, gesunder Rücken, aber auch die richtige Ernährung und der Bau einer neuen Kantine stehen dann auf der Tagesordnung und natürlich immer der Mut zu frischen Gedanken. Nach der Arbeit geht's zum Sport im betriebseigenen Fitnesscenter. Natürlich ist die Teilnahme an den Kursen und die Nutzung der Einrichtung für uns kostenlos. Auch entsprechende Trainer wurden dafür engagiert. Yoga zur Entspannung, Goschino, eine moderne Form des Jiu-Jitsu oder Laufen zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, alles unter professioneller Anleitung. Auch unser Chef ist dann mit dabei. Ihm geht es nämlich, wie vielen seiner Mitarbeiter, die tägliche Arbeit mit all ihren Anforderungen verlangt nach Ausgleich. Jeder Teilnehmer bekommt ein Bonusheft und kann für sich selber über sein sportliches Engagement Buch führen. Wer damit Punkte sammelt, kann auch noch Gutscheine und sogar Geld gewinnen. Unser Chef hat übrigens immer ein offenes Ohr für uns Mitarbeiter. Das war schon bei seinem Vorgänger so und bei dessen Vorgänger. Dass wir hier bei Sparleck ein gutes Betriebsklima haben, sehen Sie selbst. So tragen unsere Maßnahmen zur Gesundheit, Fitness und somit zu einem gesunden Unternehmen und einer gesunden Region bei. Wir sind ein starkes Team. Vielen Dank.